Schnee Ratsch, die 175ste. Kenne ich ja schon. Hat nichts Neues. Soll ich Sie was ansehen, was es g'schätzt? Halten Sie sich gut an der Reling fest und steigen Sie auf die Reling. Und immer schön die Augen geschlossen halten. Vertrauen Sie mir. Ich vertraue Ihnen. Gut, dann geben Sie mir Ihre Hände. In Ordnung und nun öffnen Sie Ihre Augen. Ich fliege! Jetzt Sie auslecken und umschmussen. Ich bin der König der Welt! Du bist wohl ein König, du. Opfel-König-Keksens. Und da bauen wir jetzt einen Weg. Schau her, so vielleicht ein bisschen so und so. Aha! Und hier kannst du dann mal probieren. Sie fragen sich bestimmt, wie ich auch, wozu das Ganze überhaupt? Ja, einfach um die Nerven zu beruhigen. Einfach um ein bisschen sich zu konzentrieren. Was kostet denn der Spaß? Das investiert ja auch Sie. Jana, wir haben jetzt ein tolles Angebot. 199 Euro wäre der Normalpreis gewesen. Wir sind herunter auf 100 Euro. Was soll das sein? Erepfel? Alle verkaufen einen schmoren Herster. Er wird mir das nehmen. 70 Euro. Was will der haben? Und? Die sind netz am Blur. Es gibt noch einen wunderbaren Tisch. Wir selber kommunikaten mit unserem Filmteam vom Weißensee-Ostufer. Da war unheimlich zapfiges Wetter. Wir sind jetzt endlich da in Zlan am Zlanigboden. Und ich darf euch recht herzlich begrüßen bei Cresti TV und dem aktuellen Wetter für die nächsten zwei, drei Tage. Meine lieben Freunde, und so kommen wir zu den Aussichten für die kommende Woche. Wir starten mit Montag. Wir haben ja alle das Glück vom Homagroben bis zu Trageil bis Zlan. Wunderschönes winterliches Wetter. Es wird die Sonne von in der Früh weg scheinen. In der Früh ein bisschen reifig. Bitte etwas aufpassen, wenn ihr mit dem Auto zur Arbeit fahrt. Nehmt euch Zeit am Nachmittag ein bisschen spazieren gehen in dieser wunderschönen Winterlandschaft. Und genau das werde ich jetzt auch machen gehen. Ich sage danke fürs Dabeisein, verabschiede mich von der Stelle und noch eine schöne Mittagszeit für euch. Ah! Ah! Bitte, tuppst es weg! Bitteschön! Schau den Potschkokel an! Vielen Dank! Buh, 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 Buh! Buh, 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 Buh! Buh, Buh! Ich will das, Dato! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020